Am ersten Advent, wenn die erste Kerze brennt, beginnt wir in die Zeit, auf die sich jeder freut. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am zweiten Advent, wenn die zweite Kerze brennt, sind wir mitten drin, es sind nicht mehr lange im Film. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am dritten Advent, wenn die dritte Kerze brennt, ist die zweite Prost, denn das Fett, das geht bei los. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am vierten Advent, wenn die vierte Kerze brennt, steht das Christkind vor der Tür und es freut sich alle hier. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Oh, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Oh, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht.